Und sie begleitet mich oft auf sehr langen Autofahrten, weil ich einfach ihre Musik sehr gerne höre, weil sie auch so wirklich wundervolle, authentische Texte hat. Sie hat eine sehr einfühlsame Stimme und sie ist für mich einfach eine ganz, ganz große Künstlerin. Bitte begrüßen Sie jetzt hier mit einem riesen Applaus, hier ist die Grand Dame des Schlagers, hier ist Mara Kaiser! Du wachst auch, du eh mit mir wachst, den Schritt aus dem Allzeitgrau. Find es heraus, komm und steig einfach aus, hinein in das Himmelblau. Brauchst auch gar nicht viel zu reden, ich weiß doch, was dir heute fehlt. Schau, die Welt, sie ist voller Magie, allein für dich, nur für dich. Hey, neuer Tag, mit dir, dir liegt mein Leben, neue Vertanzen an jedem Ort der Welt. Ganz egal, tanzen geht mir vor allem. Hey, schöner Tag, du gibst mir immer wieder ne neue Chance, wo immer ich auch bin. Ich will dich vertanzen, tanzen, 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 tanzen. Hey, neuer Tag, mit dir, dir liegt mein Leben, neue Vertanzen an jedem Ort der Welt. Ganz egal, tanzen geht mir vor allem. Hey, schöner Tag, du gibst mir immer wieder ne neue Chance, wo immer ich auch bin. Ganz egal, tanzen kann ich überall. Ja, jetzt darf ich einen Künstler ankündigen, der wirklich ein ganz, ganz großer in der Schlagerbranche ist. Er hat sich 1989 in all unsere Herzen gesungen, auch in Mainz, mit der kleinen Tür zum Paradies. Und er ist wirklich ein begnadeter Sänger, exzellenter Schauspieler, Entertainer. Und was ich aber noch viel, viel wichtiger finde, auch hinter der Bühne, er ist einfach ein unwahrscheinlich sympathischer Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat. Bitte begrüßen Sie jetzt hier mit einem wirklich trostenden Riesenapplaus. Hier ist unser und ihr Patrick Lindner. Guten Abend, ich war Prennheim, danke schön. Ein Tag, ganz genau such ich immer, ein Gefühl, das mir einfach sagt. Breit die Flügel weit aus und flieg davon, du kannst das schon. Komm mit, es ist nur ein kleiner Schritt, dann beginnt's unser Himmelsritt. So ist jeder Tag, seit du bei mir bist, es Liebe ist. Hab es fast schon verlernt, doch dann fiel mir wieder ein. So fühlt sich nur die Liebe an, weil sowas nur die Liebe kann. Dass mein Herz schneller schlägt und alles sich dreht, die ganze Erde bewegt. So fühlt sich nur die Liebe an, ich fang mir neu zu leben an. Denn dieses Bild in den Bauch und auf meiner Haut, das spürst du doch auch. Die Nacht, sowas hätte ich nie gedacht, scheint auf einmal für mich gemacht. Weil ich weiß, ich hab' morgen bei dir auch, da steh' ich drauf. Auch sonst seh' ich alles im Sonnenschein. Für mich leben wir nie allein, als ob ich plötzlich wieder sechzehn bin. So ungefähr. Frag nicht, was ist da los, meine Welt ist rosarot. So fühlt sich nur die Liebe an, dass mein Herz schneller schlägt und alles sich dreht, die ganze Erde bewegt. So fühlt sich nur die Liebe an, ich fang mir neu zu leben an. So fühlt sich nur die Liebe an, ich fang mir neu zu leben an. So fühlt sich nur die Liebe an, ich fang mir neu zu leben an. Denn dieses Geld in den Bauch und auf meiner Haut, das spürst du doch auch. Denn dieses Geld in den Bauch und auf meiner Haut, das spürst du doch auch. Mensch, ist das ein herzlicher Gefangenheit. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass wir wieder mal hier im wunderschönen Bad Mergentheim sein dürfen und ja, dass ihr uns heute Abend die Ehre gebt. Vielen Dank dafür. Schön, dass ihr alle da seid. Danke sehr. Gleich zu Anfang würde ich Sie gerne einladen zu einer kleinen Achterbahnfahrt. Wart ihr gerne mit der Achterbahn? Nein. Ja, ich merke es schon. Aber ich gebe es auch zu. Also ich bin da ein Riesenschisser. Ich traue mich das überhaupt nicht. Aber ich würde mal sagen, musikalisch könnten wir es eigentlich warten. Ich sage jetzt ganz einfach zu euch. Gefühl ist eine Achterbahn. Bitte alles einsteigen. Die Tür werden geschlossen, mit der alle anschneiden. Und es geht los. Und sei im Augenblick, da steht dein Herz verrückt. Aber ich habe ein Traum, nie dran gedacht, dass es noch so was gibt. Werden wir ganz hilflos sein. Und es geht ganz tief hinein. Ich bin da. Was von diesem Zauber wird. Verschwindet die Zeit. Hey! Gefühl ist eine Achterbahn, auf der wir auf und runterfallen. Und wann ist die Seenstucht geschwind? Weil die Liebe die Träume erfüllt. Gefühl ist eine Art der Mann, die man irgendwann nicht mehr halten kann. Mancher riskiert viel zu viel, nichts ist stärker als Gefühl. Vorwang, das ist vorwang, und noch ist gut, noch weh. Wenn du stichst, so Hand in Hand, mit dem Anderen seht. Und in deinen Augen ist noch ein Rest von Zärtlichkeit, von der oft ein Leben lang ein Blech bin gleich. Jawohl, es gibt wieder das Gefühl, ist eine Art der Mann, auf der wir rauf und runter fangen. Für den Trang ist diese Idee zu beschwingen, weil in Liebe die Träume erfüllt. Gefühl ist eine Art der Mann, die man irgendwann nicht mehr halten kann. Mancher riskiert viel zu viel, nichts ist stärker als Gefühl. Ja, wenn du Lust hast, dann ruf mich mal an. Ich fühle mich mal an, weil ich dich nicht vergessen kann. Gefühl ist eine Achterbahn, auf der wir rauf und runter fahren. Und dann ist diese Idee zu beschwingen, weil die Liebe die Träume erfüllt. Gefühl ist eine Achterbahn, die man irgendwann nicht mehr halten kann. Mancher riskiert viel zu viel, nichts ist stärker als Gefühl. Gefühl ist die Stärkung.